Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute freue ich mich riesig auf dieses Video, denn ich habe eine neue Influencerin-Kollektion von Essence hier für euch. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gelesen. Beauty Bands Isabel hat sich mit Essence zusammengetan und eine wirklich krasse Kollektion rausgebracht, die ich heute mit euch testen möchte. Ich habe fast alle Produkte da, aber die, die ich da habe, sind richtig, richtig spannend. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen auch direkt ins Video. Zuallererst muss ich dazu sagen, Isabel ist eine gute Freundin von mir mittlerweile und ich bin sehr, 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 sehr stolz, dass sie so schnell, so erfolgreich geworden ist und dann aber auch noch ein wundervolles Herz hat. Also herzlichen Glückwunsch, Isabel. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich schauen, wie das Make-up ist und ich sehe hier echt spannende Sachen, die ich so in der Art, auch in der Drogerie auf jeden Fall noch nie gesehen habe. Und wir starten auch schon mit dem ersten Produkt. Und das ist dieser Schwamm. Sie hat einen Beauty-Schwamm mit Essence rausgebracht, der ganz spannend ist. Erstmal ist er wunderschön. Wir haben unten dieses, was ist das, Türkis und oben geht das in so einem Gradient-Effekt in Lila. Aber ihr seht schon, der hat verschiedene Flächen. Ihr habt unten einmal diese runde Ecke, ihr habt eine gerade Fläche und keine Spitze, sondern so eine flache Ecke, mit der man sehr, sehr präzise hier an den Augen beispielsweise ausblenden kann. Übrigens, falls euch die Produkte interessieren, ich habe sie von Purish zugeschickt bekommen. Sie gibt es auch bei Purish. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht kriege ich einen Code für ein Bundle oder einzeln. Das schreibe ich euch definitiv nun aber hier einmal in die Ecke mit hin. Den probieren wir jetzt aus. Er ist sehr, sehr weich und der ist wesentlich größer geworden. Also er hat sich, ja, ich würde fast sagen verdoppelt. Und ich mag die Form ganz gerne. Ich nehme erst mal hier die runde Seite vom Schwamm und blende mir das Ganze ein. Ja, also man merkt sofort, er ist sehr, sehr weich und er riecht auch nicht. Das ist oft bei Produkten, die neu sind, der Fall. Vor allem bei Schwämmen, weil sie halt aus so einem Schaumstoff bestehen. Aber hier kann man gar nichts wahrnehmen und er verteilt das Produkt sehr, 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 sehr ebenmäßig. Die Porenstruktur ist sehr, sehr fein, sodass er auch nicht zu viel Produkt aufnimmt, sondern eher ebenmäßig wieder verteilt. Falls ihr Isabel nicht kennt, dann habt ihr definitiv etwas verpasst. Sie ist sehr, 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 sehr erfolgreich. Nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram und hat jetzt auch vor kurzem wirklich hier auf YouTube angefangen, Videos im Langformat hochzuladen. Und sie ist wirklich zucker, zucker süß. First Impression vom Schwamm gefällt mir sehr gut. Ging super schnell und ist, das ist, das klingt immer so ein bisschen doof. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihr kleinen Mäuse nicht oft genug eure Tools auswechselt. Pinsel kann man sehr, sehr gut waschen. Und auch Schwämme kann man drei Monate, würde ich sagen, gut benutzen. Vielleicht auch noch am vierten. Ab dann solltet ihr ihn wirklich austauschen. Und deswegen sind auch recht günstige Schwämme. Also ich glaube, Beauty Blender, den Original Beauty Blender muss man heute nicht mehr kaufen. Da sind auch wirklich diese Drogerie-Schwämme wirklich fantastisch geworden. Das Packaging generell ist sehr, sehr süß. Beim Schwamm sieht man jetzt nicht so viel. Ich zeige euch aber gleich die krasse Palette. Vorher haben wir aber noch etwas anderes. Und das ist ein pH-Reacting Blush Stick. Ich bin ja nicht so ein Freund von pH-Reacting Lipglossen und so. Beim Blush finde ich das Ganze aber wieder spannend. Ich habe ihn vorhin schon mal hier so ein bisschen geswatcht. Und der geht in die schöne pinke Richtung. Wir probieren ihn jetzt einmal hier so ein bisschen aufzutupfen. Ich bin immer vorsichtig bei Sticks, die man direkt aufs Gesicht gibt. Wobei wir machen es gleich lieber hier auf die Hand. Ich nehme mir so ein bisschen was runter. Er ist auch lila und schmilzt sehr, sehr ebenmäßig an. Und dann seht ihr hier, dass ihr so einen richtig schönen Glossy Blush habt, der gleich so ein bisschen die Farbe ändert. Uh, schöne Farbe. Das ist immer so ein schönes grelles Pink. Was ich damit gerne mache ist, ich gebe mir das unter meine Augen so als Color Corrector. Weil ich finde, dass er dann die Haut so ein bisschen schon eingefärbt hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie er das hier macht. Aber er hat ein sehr, sehr schönes Finish. Und er lässt sich sehr gut verteilen. Oft ist es so bei Blush Sticks, weswegen ich selten persönlich zu Blush Sticks greife, dass sie mir die Foundation zersetzen. Das hat der jetzt nicht gemacht. Obwohl der ja schon fast so ein Glossy Finish hat. Ihr könnt es glaube ich sehen. Hat er das nicht getan. Man kann ihn auch auf den Lippen benutzen und auf den Augen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich trage mir die Produkte, vor allem Blush und Lippenstift, immer gerne in der Symbiose auf. So, dass es farblich zusammenpasst. Er hinterlässt ein sehr, sehr schönes Finish. Also kein mattes, sondern ein sehr glowy Akzent auf den Wangen. Schön! Auf den Lippen. Ich trage selten Pink auf den Lippen. Er ist aber, es ist ein anderes Pink als sonst. Manchmal sind sie so richtig Grey Pink. Der ist ein bisschen kühler, würde ich sagen, als Blush. Aber wirklich sehr, sehr schön. Kommen wir mal zu der Flachnenseite. Damit blende ich mir jetzt erstmal hier hinten den Concealer so ein bisschen nach außen hin aus. Mit der hellsten Farbe, die ich da hingesetzt habe. Sodass ich hier wie so einen kleinen Lifting-Effekt habe. Und man kann natürlich mit der flachen Seite auch sehr, sehr gut und großflächig ausblenden. Also, der Schwamm gefällt mir tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr gut. Bis jetzt wirklich, wirklich schön. Es gibt aber ein Produkt und das ist meiner Meinung nach wirklich das Highlight. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich wusste schon eine Weile, dass Isabelle eine Kollektion rausbringt mit Essence. Ich wusste aber nicht, wie sie aussieht. Da musste ich auch wirklich, wirklich lange warten. Erstmal haben wir hier das Packaging. Das ist alles sehr mystisch, sehr lila, lila ist ihre Farbe. Und sehr, wirklich schön gemacht. Hier hinten ist ein QR-Code drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, was da drin ist. Ich blinde euch das hier einmal kurz ein. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist aber wirklich schön gemacht. Alles vegan natürlich. Und wir haben in der Palette nicht nur Lidschatten, sondern auch Hydra-Liner. Hydra-Eyeliner. Das sind Eyeliner, die ihr mit Wasser aktiviert. Und ihr seht es schon, hier in der Mitte war Platz für einen Pinsel. Das habe ich ja damals bei der Highlighter-Palette auch so toll gefunden. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache, weil es einfach wirklich ein schönes Add-on ist. So kleine, präzise Eyeliner-Pinsel findet man nicht oft. Und der ist extrem spitz und präzise. Wir haben in der Palette nicht nur matte Shades, sondern auch klassische Shimmer-Shades und vor allen Dingen Glitter-Shades. Ich bin gespannt, was wir daraus saubern. Ich würde vorschlagen, let's go. Ich habe das Gefühl, der Blush wird auch immer intensiver. Wunder, wunderschön. Die Farbnamen sind fantastisch. Wir haben BB, wir haben Fighter, Hope, Elfie, Süßi, Karma, Unique, Schrei nicht so, Mystery, Zini, Brief und 27.12. Sehr, 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 sehr süß. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen in die Lila und Blau Richtung und setzen uns einen Akzent mit diesem Hydraliner vielleicht. Ich swatch einmal schnell das Lila und das Blau, um zu sehen, wie dunkel die Farben sind. Sehr, sehr pigmentiert. Okay, wir starten mit Blau und blenden das mit Lila aus. Und dafür nehme ich mir einen präzisen Pinsel und gehe in die Farbe Fighter. Blau ist immer recht schwierig zu machen, aber Essence ist da mittlerweile auch wirklich auf einem guten Punkt angekommen, die auch vegan hinzukriegen. Das ist Tatsache bei Blau wirklich super, super schwierig. Ich muss sagen, als ich die Palette gesehen habe, dachte ich mir, sie passt wirklich sehr, sehr gut zu Isabel. Die ist natürlich jetzt ein bisschen bunter und ein bisschen lauter, aber macht das Ganze dann auch wieder super spannend. Also das ist ja immer so ein Drahtseilakt, würde ich fast sagen, eine Palette zu schaffen, die nicht nur langweilig ist oder die nicht nur bunt ist, sondern ihr habt da auch durch diese Hydra Liner natürlich auch nochmal so ein kleines, spannendes Produkt mit drin, was halt die Palette auch natürlich nochmal aufwertet. Das Blau ist phänomenal, das ist extrem pigmentiert. Ihr seht das, ich habe keine Probleme mit Fallout unterm Auge. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich blende das Ganze mit einer leichten, lilanen Schicht schon mal so ein bisschen am Rand aus. Ich will wirklich nur so einen leichten Touch erstmal haben, um das Blau gut auszublenden. Und nehme mir dann einen sauberen Pinsel und gehe nochmal in die Farbe BB und presse die wirklich hier rüber, sodass ich einen schönen Verlauf habe. Ja, krass. Sehr, sehr schöne Farbe. Uh, ich liebe Blau und Lila in Kombination. Lila ist auch so eine Farbe, die man noch nicht oft in der Palette gesehen hat, ne? Ich gehe noch ein bisschen in die Farbe Elfie. Elfie ist so ein richtig schönes Rosé-Rosa, was recht leicht pastellig wird. Und das setze ich mir hier vorne hin. Ich will gar nicht so viel Rosa selber haben, sondern ich will nur noch ein bisschen Helligkeit hier reinbringen, um die Farbe etwas weicher auszublenden. Sehr, 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 sehr schön. Ich überlege jetzt, wie ich weitermache. Erstmal alleine für Karma. Das ist perfekt jetzt für den Herbst. So ein richtig schönes Orange kann ich mir auch gut auf der Cut-Crease vorstellen. Die Hydra-Liner kann man nicht trocken swatchen. Ich will aber noch in Mystery gehen. Und das ist eine richtig... Uh, nice. Das ist so ein richtig schönes Moosgrün. Uh, krass. Ich ziehe mir mal eine Cut-Crease und fixiere die mit der Farbe Elfie. Und dafür presse ich Elfie wirklich richtig auf diesen Ton. Ich will da jetzt erstmal so einen schönen matten Effekt haben. Könnte man theoretisch schon so lassen, aber Freunde, wir gehen jetzt einfach in die Farbe Sini. Das ist so ein Glitzer-Ton und den toppen wir da einfach noch mit rüber. Mit dem Finger ist er natürlich noch intensiver. Man muss bei diesen Glitzer-Shades immer so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht so bröckelig sind. Ich mache den Pinsel jetzt mal ein bisschen nass. Vor allen Dingen, wenn die Töne vegan sein sollen, weil meistens diese wachsige Schicht da drin nicht vegan ist. Hier ist diese wachsige Schicht aber nicht da. Dafür ist es aber vegan. Das ist so schön zu sehen. Wie man Persönlichkeit in sein eigenes Produkt reinbringen kann, weil da schreit jetzt gerade Isabel. Setz mir die Farbe Süßi. Das ist dieser kühle Schimmerton ans Inner Corner. Also eigentlich würde ich ihn schon fast so lassen, den Look. Aber wir müssen diese Hydra Liner kurz ausprobieren. Deswegen nehme ich jetzt ein bisschen Wasser und den Pinsel, der da drin ist. Und mache den ein bisschen nass. Und gehe jetzt mal in die Farbe Unique. Das ist so ein schönes Petrol. Ich mache den Pinsel richtig, richtig gut nass. Und ziehe damit jetzt hier nochmal die Cutcrease so ein bisschen lang. Das gibt einfach nochmal sehr präzise Tiefe. Man könnte jetzt, wenn man nicht so einen dunklen Look gemacht hätte wie ich, auch wirklich so einen Liner machen. Oder den Ton auf die Wasserlinie. Superspannend, das zu sehen. Ich swatch euch auch einfach nochmal, kommt diesen roten Liner Ton. Weil den finde ich tatsächlich sogar am spannendsten. Und den braun. Ich mache ein bisschen Wasser mit rein. Erstmal hier in den braunen Ton. Oh, das ist ein schönes Braun. Uh, den will ich als Lip Liner gleich benutzen. Daneben auch ein sehr, sehr schönes Braun. Und das sind dann diese Farben, die das Ganze wieder so tragbar machen. Also du musst ja nicht das Blau und Lila nehmen, sondern du kannst auch mit den Linern. Und viele von euch tragen ja auch einfach nur Liner im Alltag. Hier hast du dann aber wirklich nochmal so ein paar spektakulärere Farben. Also dieser braunen Ton, den kann ich mir perfekt vorstellen. Einfach ein braunen Liner. Good to go. Mit ein bisschen Mascara sieht das Ganze auch super spannend aus. Wir haben aber noch ein Produkt und das finde ich vom Packaging auch wunderschön. Ein Plumping Lip Gloss. Weiß nicht, ob ihr es ihr kennen könnt. Aber der hat oben rosa und unten so ein bisschen grünlich mit drin. High Shine Finish mit einem frischen Minzduft. Gut, ich ziehe jetzt einmal durch. Der ist auch angeschrägt. Macht einen sehr, sehr schönen Glosseffekt. Und ich glaube auch in Kombination mit diesem Schimmerstick habt ihr dann auch nochmal eine richtig spannende Farbe. Freunde, das ist eine krasse Kollektion gewesen, die auf jeden Fall Spaß gemacht hat zu nutzen. Herzlichen Glückwunsch Isabel. Also ganz klarer Favorit Schwamm und Palette, weil es einfach was ganz, ganz anderes ist. Das ist nicht so 0815, sondern das ist durchdacht. Ihr habt spannende Farben mit drin, ihr habt verschiedene Texturen mit drin, die alle gut sind. Natürlich aber auch mit diesen Hydra Linern, die sehr, sehr einfach zu benutzen sind. Ich hoffe, dass ich einen Rabattcode für Pureish bekomme. Schaut da gerne also mal vorbei. Herzlichen Glückwunsch Isabel. Eine fantastische Kollektion. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, wie euch die Kollektion gefallen hat. Ich bin sehr, sehr happy und freue mich für Beauty Benz. Bis zum nächsten Mal.